Herr Minister, eine Frage hätte ich noch. Sie haben vorher faszinierend erwähnt und mein 3D-Drucker ist auch so ein Star Trek Fan. Wie wichtig ist Ihnen das Thema Startup-Förderung und generell auch das Thema Entregulierung? Es ist beides wichtig. Startups sind ein wesentlicher Teil der innovativen Wirtschaftsentwicklung in Österreich. Und wir haben ja als österreichische Bundesregierung jetzt vor kurzem ein Startup-Paket präsentiert. Wir haben jetzt diese Woche im Bereich Forschungsförderung wieder neue Akzente gesetzt. Das heißt, das ist schon extrem wichtig. Wo soll die Reise dann weitergehen und die Förderung des heutigen Projektes? Es ist ja nur ein Puzzleteil von vielen. Ja, freilich. Es ist gerade im Bereich Startups so, dass wir unterschiedlichste Programme haben, um Startups zu fördern. Und das ist ein Teil davon, der sehr speziell in Richtung Weltraumtechnologie, aber nicht nur in Richtung Weltraumtechnologie geht. Ja, dann wünsche ich uns allen, leben Sie lang und im Frieden und in diesem Sinne faszinierend. Wünsche Ihnen das auch. Möge die Macht mit Ihnen sein. Und mit Ihnen. Wünsche Ihnen das auch. 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 Wünsche Ihnen das auch.